Willkommen zu einer neuen Vergeltung Forrest mit mir, Aftab und Flami. Weißt du, eigentlich ist es sehr verwerflich. Du hast... Hast du Leute abgeschlachtet? Du hast Kelvin vergessen, ihr liebt! Achso, ich dachte, dass ich das Leute abgeschlachtet habe und vorher genau hab von denen. Und sie dann ein paar gepumpten haben. Oh, der war zuerst schon da, der da. Den hörst du nur an der Wand. Kelvin! 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 Wer ist Kelvin? Na, du manchmal auch, wenn ich was zu dir sagen. Und von dir fangen wir jetzt nicht an, oder? Ich hör dir eh mal zu! Sagen wir jetzt hier 90%. 90, 70, 80. 80. Maximum. Alter! Ich hör auf das, was ich hören will. Das ist nicht zuhören komplett. Ja, weißt du mir zu, wenn du irgendwas sich hören willst? Doch, teilweise schon, ja. Aber du musst es umsetzen? Nein, also. Aber ich will ja da umsetzen, ist ja nicht mehr die andere Frage. Anstrengend gewesen, Leute, ich sag's euch. Ja, wirklich. War mich wirklich anstrengend. Ich sag's euch wirklich. Hat sich schon recht, dass er anstrengend ist. Hey! Psst! Hm, 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 hm. Wo bin ich hier, wenn ich hier sehe? Sie, 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 sie. Steine, 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 steine. Steine sind so weiß. Wo sporen diese Steine denn überall? Ich hab sie aber nur um Wasser gefüllt. Ich brauch hier die Base und er rennt einfach nur rum. Kann ich Calvin sagen, dass du die Steine bringst? Ich glaube, dann bringt er halt nur die normalen Steine. Du siehst mich nicht. Haben wir das verstanden? Ich weiß nicht, wie man so Tore und sowas baut. Hast du das vielleicht machen, weil ich bin daran gescheitert? Wie Tore bauen? Ja, damit wir da auch so ein kleines Türchen haben. Oh. Ganz einfach, du brauchst dir eine Wand, Haustür, die Bretter rein und dann musst du die Bretter Musst du ausschlagen. Ich hab probiert, aber es ist mir nicht gelogen. Steht doch wieder in der Beschreibung, oder? Kannst du es nicht einfach später warten? Kannst du auch später machen. Kannst du auch später machen? Nein. Ich finde sie aber irgendwie immer sind, dass die dich eigentlich nicht töten. Sie sollen dich eigentlich in Gefangenen nehmen und genau sind. Ja, wahrscheinlich um dich später zu, ähm, später dich zu vergöttern, genau. Das hast du so lieb gesagt. Vergöttern ihn im Zuppentopf. Ich meine dich zu Opfern, die Götter. Es ist nicht, was die vorgibt. Ja, genau, vergöttern den Zuppentopf. Rette mich! Nee, ich geh jetzt nicht zu dir. Ich brauch nicht schön weiter. Ich befreie die ganze Zeit diese Typen. Deswegen hab ich sie zu dem Schrecken. Ich habe nicht ein einziges Mal bis jetzt Gegner gesehen. Mein Plan klappt so halbaut. Die schlagen sich jedenfalls kaputt. Flucht. Kommt auch. Wenn ich Glück hab, kommt auch. Äh, gib mir Kraft. Und ich würde gern so wie der Stein, würde ich gerne so Steine, ähm, dran machen. Wie ist das denn? Wann ist das? Bitte! Wann ist das? Bringen wir die Holzballen. Holen wir! Dann geh mal Holzscholen bitte! Wollt gerade sagen dass er mal Fisch holt, oder? Ich geh das und verhungern. Aber okay. Kann doch auch gleich Fisch holen gehen was du magst aber. Oh, ich hab die Pässe für die Bombe, aber ich hab die Holz gefühlt. Ja, Holz. Und ich hab die, was die essen, die ich gesagt hab da. So, und wie findest du die Wand? Die ist nicht komplett gerade, ey, oh, ist okay. Sei in Absicht gemacht. Warum? Weil ich's nicht schön finde, wenn alles so gerade ist und hässlich. So, ich hab die 1, 2, 1, 2 umgestellt, wegen der Tütern. Das ist die nächste Biele geradezu. Oder stellst du das dir? Aber ich muss das schön finden, wenn es komplett gerade wäre. Nein, das ist nicht, aber ich hab mich bei der Zürichkeit umgestellt, weil sonst das nicht uns passen, wie ein Baumwärmwärm ist. Was ist nicht das, was ich musste? Ich habe das ganz wichtig. Das ist nicht das, was ich für diese Entfernung. Ich seh immer wieder fast nix. Ich suche nicht. Falls dunkel wird. Nein, das ist aber nicht der Ernst, oder? Boah. Wenn man so Fische sammelt, tauchst dann, sind die Fischereg. Na, weil es abhauen. Ja, aber du hast ja schon spätigst mich schon drauf. Du hast ja schon abgestochen. Ja, uch. Ich glaub ich jetzt hier so schnell wegkommen, weil man was ist, weil so. Aber ja, okay. Ähm. Warum bringt Camille die Stämme irgendwo hin? Ich hab noch gesagt, das soll's an die Stelle platzieren. Weiß ich nicht. Oder hast du ihm gesagt, das soll's woanders dahin machen? Ja. Ich hab mich angeregelt vor. So. Was? Baumeiter mal. er hat mit dem tor haben wir schon so sachen dass ich da so groß ist schon wegen ich habe schon heißt die systematik material dafür haben singt sagt weil sie sich nicht muskel in vorn kW aus diesem vierzig wenn nicht ich komme ich mal mit meiner axt vorbei und dritte die Klinik Eronen und Voraus folgten ich bin ja mal nicht okay nur Krasch das immer kurz Pause machen wirklich ist ja ein Problem nein fachlich das ist schon wieder ein in der Schrift und Janine Amos wenn wir um ihn sind hat gehabt deswegen weiß ich nicht nein nein ich stelle uns er steht der Korn ist auch ein Dorf wenn man da hat durchgeblieben immer kommen zu mir ich muss durchführen das was ich komme ich weiß ich weiß ich Ich bin tot, ich bin tot! Könntest du mich vielleicht mal retten? Bist du ganz tot, oder wie? Nein, noch nicht, aber ich stehe noch im Boden! Ja, ich komm! Äh... Hol... Nein! Ich komm, naja! Ich kriege ihn schon wieder weg! Oh, perfekt! Ich komme! Ich hab's nichts zum trinken, aber ich komme! Ich muss mich retten! Ja... Dann lebst du noch, oder? Die Hälfte! Ich muss das nicht gehen! Ich muss schon trinken, habe ich ja nichts! Jetzt haben wir noch zurück! Ich hab' das nicht versprochen! Du hast ne... Oh! Ich bin tot! Ich hab'cs gesagt! Ich bin tot! Ich bin tot! Gewürfeier, ich bin tot! Ich bin tot!!! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! ich bin nicht tot im kopf dann wird es doch um die euro